Oh mein Gott Leute, in dem heutigen Video habe ich drei Brawl Stars YouTuber gestream sniped und es ist wirklich komplett eskaliert. Ja ok, jetzt einfach springen, jetzt einfach springen. Ist das deren Ernst? Abgehoben, bisschen abgehoben muss man sagen. So, let's go. Leute, schalten wir so raus. Digga, Junge, ist das dein Ernst? Sowas ist einfach echt nur... Ey, Junge, ist der dumm? Junge, Ernest, Schmaben, Rock, Fan und tötet mich. Tage jetzt! Bei dir im Brawl Stars Shop Creator Code Lucas ein, um ihn kostenlos zu supporten. Alle sieben Tage musst du den Code neu eingeben. Jo Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Ja, aber Leute, heute gibt es ein richtig krasses Video. Und zwar habe ich jetzt gerade zwei Stunden lang Brawl Stars Streamer probiert zu stream snipen. Es ist wirklich echt richtig, richtig eskaliert, Freunde. Das wird heute ein geisteskrankes Video, deswegen gebt dir jetzt schon mal gerne einen fetten Daumen nach oben. Abonniert unbedingt den Kanal und aktiviert die kleine Glocke. Würde mich sehr freuen. Checkt auch gerne meine zwei anderen Kanäle aus. Einmal den Kevin spielt Kanal und den Kevin light Kanal. Und ich freue mich noch eine ganz wichtige Info. Es gibt nur noch ganz, ganz wenige Überraschungspakete. Wenn ihr noch ein Überraschungspaket haben wollt, dann gönnt euch jetzt. Geht auf damage.de. Es ist streng limitiert. Es wird das Überraschungspaket so, wie es jetzt im Shop drin ist, nie wieder geben. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Streamer Nummer eins. Hallo? Habibi, wir müssen jetzt kurz der Streamerin helfen. Es hat nicht geklappt, die zu stream snipen. Wir müssen jetzt bei einem Win helfen. Ein Game müssen wir nur machen. Kannst du eben kurz Discord kommen? Das heutige Video ist übrigens in Kooperation mit Red Magic. Red Magic haben wir tatsächlich ihr neues Handy Red Magic 7 zugeschickt. Das ist ein richtig krasses High Performance Handy. Mit einem 6,8 Zoll AMOLED Full HD Display. Es hat die erste Generation des Snapdragon 8 Prozessors drin. Das Handy hat auch eine 8.0 Kühling Technologie. 500 Hertz Dual Triggers. Eine 4500 mAh Batterie für eine extra lange Laufzeit. Ein Fingerabdrucksensor direkt auf dem Display drauf. Und es hat sogar RGB Licht beim Zocken. Und das krasse ist, das Handy kann sogar 165 Hertz. Das heißt, das Bild ist beim Zocken so unglaublich flüssig, dass es echt heftig. Ihr seht jetzt hier gerade im Hintergrund, wie ich zum Beispiel Brawl Stars zocke. Und ich bin ehrlich mit euch, ich habe noch nie so flüssig Brawl Stars gespielt. Und auch in anderen Spielen, zum Beispiel bei PUBG, fährt das Handy in einen Hochleistungsmodus. Das heißt, dass man quasi gar nicht mehr verlieren kann mit so einem Handy. Und auch das Gerät an sich sieht extrem cool aus und eignet sich perfekt für den nächsten Rang 35 Push in Brawl Stars. Also, worauf wartet ihr noch? Checkt gerne mal den Link in der Videobeschreibung aus. Für mehr Informationen über das Handy oder falls ihr jetzt schon Bock bekommen habt, euch das Handy zu kaufen. Danke für die Kooperation und jetzt geht es weiter mit dem Video. Hallo? Servus. Hallo? Na? Ich muss kurz auf laut machen, ich bin so, Discord ist so, keine Ahnung. Hallo, hast du am Handy Discord oder was? Ja, ich habe gerade kein Headset. Ah, nein! Okay, aber Hauptsache, Hauptsache du hörst uns. Also ich habe wirklich, wie soll ich dich eigentlich nennen? Soll ich Salami sagen oder? Ja, meinen echten Namen, den kann eh niemand sich merken. Achso, okay, ich habe original probiert, dich eine Stunde lang zu Stream snipen. Oha! Okay. Ey, ich sterbe die ganze Zeit. Ich schwitz auch gerade ein bisschen. Alles gut, kein Problem. Ja, na gut. Oha! Geil! Na gut, war jetzt eh ein Free-Rin, danke. Ja, war super. Letztes Game vor den 800 Pokalen. Ist irgendjemand in der Mitte? Nein. Nein. Kann ich noch Ulti aufladen? Ah, perfekt, ich habe noch Ulti bekommen. Gewollt, ja, gewollt. Der Byron hat schon aufgegeben. Echt? Ja, der ist noch Tag standen. Entschuldigung, ich will Trickshoten, aber es funktioniert nicht, wenn die nicht... Nice! Let's go! Let's go! Da ist noch dein Spike auf 800. Ich auch noch. Ja, danke. Seht so bitte. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ich wünsche dir noch viel Spaß beim Streamen. Ja, danke euch auch. Noch einen schönen Tag. Und willst du noch irgendwie im Video einen Gruß da lassen? Weil ich werde das wahrscheinlich als Video machen. Ja, danke für euren Carry und dass ihr mit mir gespielt habt. Okay, Freunde. Ich werde noch eine kleine Spende da lassen, würde ich sagen. Oha, Clash Games übertrabt. Danke für 20 Euro. Ey, danke. Bitte, bitte. So, Leute. Alter, ich habe echt eine Stunde probiert, die gute Salami zu Stream snipen. Ich habe es nicht geschafft. Am Ende habe ich dann jetzt, wie ihr es gerade gesehen habt, mit dem guten Lars ihr auf 800 Pokale geholfen. Aber jetzt würde ich sagen, kommen wir zum nächsten YouTuber. Und den haben wir auf Minos gestream sniped. Geht bereit? Geht bereit? Geht bereit? Spawn me. Danke für den Clip, Roto. Ja. Das sind die. Das sind die. Oh mein Gott. Das sind die. Okay, Jungs. Erstmal Full Tryout. Okay, Full Tryout. Wie man Xiaomi schreibt, habe gerade nachgeguckt. Ja, genau so. Und das Gadget ist echt OP. Pass, pass, pass. Ich kann es kommen. Pass, pass, pass. Ich kann nicht. Nein. Wir müssen ein Tor warten. Wir haben Hard Control. Hard Control. Ja. Wie wir einfach sobald die sowas spielen. Nice. Okay. Ist dead. Stu einfach echt. Der macht echt Probleme. Komm, 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 komm. Das ist nicht slow. Ich spiel. Kevin, ich zacker. Ich spiel nicht. Die spielen eine sehr, sehr gemeine Comp, würde ich fast schon sagen. Auffassend. Zacker und ich. Surge geht down, Surge geht down, Surge geht down, Surge geht down. Nice. Sehr stark, sehr stark, sehr stark, Leute. Byron, One-Shot. Okay, der Surge geht, glaube ich, sogar noch down. Ah, ich weiß nicht. Ich kriege Eve. Nee, okay. Boah, die haben echt so eine gemeine Comp, ne. Ich komme nicht drauf klar. Ja. Ja, okay. Jetzt einfach spinnen, jetzt einfach spinnen. Einfach hier spinnen. Okay. Ist das deren Ernst? Abgehoben, ein bisschen, ein bisschen abgehoben, muss man sagen. Ich gebe jetzt den Ball einfach. Oh mein Gott. Hä? 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 Danke schön, Leute, die gönnen uns einen free win. Nicht killen, nicht killen, nicht killen. Die gönnen uns einfach einen Free Win. Wer ist das? Oh mein Gott. Schießt ein Tor. Nein, du sollst Tor. Ja. Ey, jetzt hat es so gut geklappt. Oh mein Gott, Junge. Leute, die haben das Game gewonnen und die haben uns gegönnt. War das der richtige Clash Games? Ja, das ist spannend. Was? Wirklich? Was hat er gesagt? Er sagt, was der richtige Clash Games. Ist der gerade live? Ich muss mich eben bedanken. Leute, vom richtigen Clash Games ist einfach gesnipet worden. WTF? WTF? Ich hau jetzt mal eine kleine Donation raus. Okay, Freunde, die Spende ist raus. Yo, was? Oh mein Gott, Junge. Oha, oha. Dicker. Oh mein Gott. Alter, Liebe geht raus. Vielen Dank für 20 Euro Clash Games. Lassen wir alle ganz viel Liebe im Chat für den guten Kevin da. Ich komme nicht drauf klar. Leute, ich glaube... Ey, das ist immer so nice, Free Win zu geben, Freunde. Wenn sich die anderen so freuen. Das ist ein großer Ehre, Mann. Ja, Leute. Wir hätten tatsächlich auf Minus gestreamt, aber haben am Ende natürlich noch den Free Win gegeben. Okay, aber jetzt kommen wir zu einem YouTuber, der tatsächlich so geisteskrank ausgerastet ist, weil ich ihn zweimal gestreamt habe in Minigames, dass er seinen Stream beenden wollte. Und jetzt seht ihr, was genau passiert ist. Okay, nice, Freunde. So. Wir sind drin. Also, Marvin macht jetzt einen Skin Contest. Wir werden jetzt Bull nehmen. Und wir werden direkt zu Marvin hinrennen und Marvin töten. Welches Thema sollen wir nehmen beim Skin Contest? Schreib jetzt mal ein Thema rein. Dicker, ich bin ein bisschen nervös. Also, ich habe nicht mal den Skin hier auf dem Account. Ich habe den Account hier MarvinVloggedFan genannt. Marvin heißt Hashtag24StundenStream. Lolle, einer ist MarvinVloggedFan. Oh, Mann. Ich hoffe mal, er kickt mich da nicht direkt aus der Lobby raus. Jetzt macht mal alle ready. Oh, was dauert. Digga, ich bin schon wieder so genervt. Ne, das Internet ist schlecht, ey. Dann lag das hier die ganze Zeit. Let's go. Alle in der Mitte. Thema ist Winter. Und wenn er an uns dran ist, dann werde ich ihn direkt töten. Oh mein Gott. Okay, es geht los. Es geht los. Gails, ihr geht auch oben kämpfen. Gails oben kämpfen. Let's go. Gails oben kämpfen. Ich muss warten, bis er ganz dicht bei mir dran ist. Hä? Nein. Oh, Digga. Ey, Junge. Ist ja dumm. Junge, er nennt Schmaden Rockstar und tötet mich. Let's go. Hä? Was ist bei dem falsch? Ey, Digga. Ich hasse dieses Tutorial. Schon wieder. Es ist immer das gleiche. Jedes Mal. Ich habe echt keinen Bock mehr. Leute, wisst ihr, mich reg das auf. Wisst ihr, ich habe echt keinen Bock mehr. Digga. Okay, ich probiere nochmal. Ich probiere nochmal mit einem anderen Account reinzugehen. Was soll ich dazu sagen? Mich fuck das so ab. Digga. Was ist er für einer? Okay, Freunde. Ich habe jetzt hier nochmal ein Thomas 753 Account. Wir probieren auf jeden Fall nochmal bei ihm in den Lobby reinzugehen. Weißt du? Sowas ist einfach echt nur . Übertreib mich. Ey, wir haben seit zwei Games. Wir haben zwei Games gehabt, wo mich Leute töten. Das ist doch bescheuert, sowas. Boah, ich bin drin. Okay, let's go. Ich heiße Thomas 753. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich probiere es nochmal aus, Freunde. Ich muss doch gerade kurz im Streamen, was er sagt. Richtig dumm, sowas. So, alle in eine Reihe stellen. Okay, okay. Oh lol, Marvin ist direkt neben mir. Aber wir gehen erstmal hier ganz normal hin. Ja. Let's go. Leute, ich hätte das auch raus. Digga, w- Junge, ist das dein Ernst? Warum? Digga, guck's dir an. Mich mich- ey, Junge. Das ist so eine Ver- Warum, was soll sowas? Digga, ich versteh's nicht. Es tut mir so leid. Warum macht man das? Okay, wir lieben gerade schnell die Lobby. Okay, jetzt muss ich mal schauen, was er im Stream sagt Ey, ich muss mich so entschuldigen Ich hab echt keinen Bock mehr Warum? Wir hauen jetzt die Spende raus, Freunde Mir reicht das jetzt Wisst ihr was, Leute? Ich hab echt keinen Bock mehr Nein, 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 wir darf nicht den Stream beenden Mir reicht das Warum macht man das immer? Immer dieses verdammte Spende ist raus Digga, Kevin hat 35 Euro Es tut mir so leid Ich war das mit den zwei Accounts Sag mal liebe Grüße Ey, Digga, Kevin, dein Ernst? Ich wollte gerade aufgehen Ich hab gerade schon das Video auch bereit gemacht Und wollte gerade aufgehen Oh nein, wir hauen nochmal so einen Supersticker raus Er hat nochmal 20 Euro raus, Bro, danke Okay, wir hauen ihm nochmal einen Fuffi raus Spendig ist da Oh man Oh mein Gott, er hat nochmal 50 Euro raus, Bruder Digga, Kevin, Junge Auf Ehre, Freunde Dafür, dass ich meinen Armin so geärgert habe Ey, der Armin, der wollte einfach den Stream beenden Ja, Leute Ich hoffe, euch hat das Video gefallen Gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben Abonniert den Kanal Und bis zum nächsten Mal Haut rein Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao Untertitelung des ZDF für funk, 2017